Herzlich Willkommen auf Unbox Kings. In der heutigen Folge geht es um die Releases der aktuellen Woche. 022 Etabliert 022 ist eine junge Rap-Gruppe aus Herzogenaurach in Bayern. Im September 2017 veröffentlichten sie ihr erstes Album Bezirk 2.2. Jetzt steht mit Etabliert ihr neuestes Album an. 022 Etabliert kommt mit 15 Tracks und beinhaltet unter anderem Features von Schwester Eva und Thrill Pill. Das Release kommt über Warner Music und erscheint als CD und auch als Box. 022 Schara Hitze Im November 2019 erschien mit Hard of Hard das Debütalbum von Schara. Neun Monate später legt der Aschaffenburger nun mit Album Nummer 2 nach. Hitze beinhaltet 12 Tracks, Features kommen unter anderem von Hayes und Oleg Sesh. Das Album kommt über alte Schule Records und erscheint als Box. 022 Rico Links rechts Im Februar veröffentlichte Rico seine Rückbank-EP. Genau sechs Monate später kommt nun der Berliner mit seinem neuen Album. Links rechts kommt mit 15 Tracks und beinhaltet unter anderem Features von Yoshimitsu, Kontra K und Skepsis. Das Release kommt über Tag 1er Records und erscheint als Bundle. 022 Casey Rebel und Summer Jam Maximum 3 Im Juni 2017 erschien mit Maximum das erste Collabo-Album der beiden. Mitte Mai verkündete Summer Jam dann, dass es wegen der Corona-Krise zu keinem zweiten Teil kommen würde. Einen Tag später gab Casey Rebel dann bekannt, dass sie Teil 2 übersprungen hätten und direkt Teil 3 veröffentlichen werden. Maximum 3 beinhaltet 14 Tracks als Features, wurden bis jetzt Loredana und Luciano bekannt gegeben. Das Album kommt über Banger-Musik und Rebel Army und erscheint als CD und auch als Box. Eure Meinung zu den kommenden Releases würde mich natürlich interessieren. Schreibt sie mir in die Kommentare. Darüber hinaus könnt ihr auch gerne in den Kommentaren dafür abstimmen, auf welches der Releases ihr euch am meisten freut. Alle Infos und Links zu den jeweiligen Releases findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Dort findet ihr dann auch die Links zu den jeweiligen Unboxings. Falls ihr in Zukunft keine Releases mehr verpassen möchtet, dann könnt ihr meinen Kanal gerne abonnieren. Das war es für heute. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Passt auf. Ciao.